Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber mir geht dieses Ding, was mir hier am Kopf rum... Warte mal, du hast ja auch so ein Teil neben deiner Bimmel rumschweben, ist das normal? Ich weiß ja nicht genau, was für Drogen. Du konsumierst aber, hör am besten auf damit. Dem kann ich mich nur anschließen. Really, Alter? Ihr wollt mir erzählen, dass ihr diese Dinger neben eurem Kopf nicht sehen könnt. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Ich wüsste mal gerne, seit wann wir Leute zu einer Mission zulassen, die unter Drogen stehen. Ich hab grad irgendwie das Verlangen, dir das Tablet in die Schnauze zu werfen, aber naja. Wie lautet die Mission? Also, hier sind so rote Punkte, die blinken fröhlich auf der Karte rum. Oh mein Gott, ich hab den Herd angelassen. Idiot. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Du solltest erstmal dein Drogenproblem in den Griff kriegen, bevor du Ansprüche stellst, du Junkie. Gleich hat dein Tablet ein paar Pixelfehler. Die Mission lautet, rettet euren Arsch! Puh! Kommt alle her, ihr verdammten... Au! Sorry! Aber du warst sofort am Träumen, ne? Ohne Witz, du kannst gar nicht kochen, das schmeckt ekelhaft. Ja, ich weiß. Ich hab irgendwie alle Schränke durchsucht und dann alles einfach zusammen in die Pfanne geschmissen. Aber in meinem Traum, das war ziemlich geil. Da war so ein Roboter, der konnte unsere Sprache sprechen und hat als einziger so Flugmotten gesehen aus Metall. Mhm. Ja, okay. Aber dir ist schon aufgefallen, dass das Essen schmeckt wie Katzenfutter aus der Mikrowelle. Ey, da war auch so eine Tussi mit so einem Tablet. Komplett aus Glas. Dann bestell doch mal was zu essen auf diesem Tablet. Weißt du, geh doch in die Küche. Und mach dir selber was. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.